Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine kleine Nachtfahrt von meinem Tesla Model 3. Ich bin zum nächsten Supercharger gefahren, habe das Ganze ein bisschen gefilmt, bin durch die Stadt gefahren, Bundesstraße, Autobahn, mit Autopilot, kurze Zeit auf der Autobahn auch mal Topspeed gefahren. Einfach ein kleines Video, damit ihr mal so einen Einblick bekommt, wie die Geräusche sind so während dem Fahren, wie der Autopilot aussieht, wie diese Fahrvisualisierung im Display aussieht. Generell wie das Fahren so bei Nacht aussieht im Tesla Model 3 mit diesem einen Display in der Mitte, damit ihr halt einen kleinen Einblick bekommt. Ist ein bisschen längeres Video, holt euch irgendwas zu trinken, setzt euch bequem hin, los geht's, viel Spaß. Klopp, 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 klopp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020